ein herzliches willkommen zum depot update inzwischen teil 7 wer wissen will wie sich mein depot entwickelt hat der kann auch mal gerne links oben reinschauen ich verlinke euch depot update teil 6 zeitstempel heute haben wir den 30 4 2024 das heißt mein altes depot update teil 6 schon fast sieben monate her und jetzt wollen wir mal schauen wie sich mein anlagevermögen entwickelt hat wie ich mich selber weiterentwickelt habe ich setze euch überall markierung zeitmarkierung rein wenn ihr euch irgendwas nicht interessiert könnt ihr da einfach weiter swappen wie immer fangen wir natürlich selbstverständlich mit dem kleinsten depot an und man höre und staune das ist inzwischen das spekulations depot ich blende euch den bildschirm ein und sage da ein paar zu worte dazu also das spekulations depot hat nur noch einen wert von 18.729 euro sehr viele positionen mussten mein spekulations depot verlassen erstens weil die zahlen so schlecht waren von den einzelnen firmen zweitens weil das positive worst case szenario nicht mehr stabil darstand so wie es mir vorgestellt habe jetzt gehen wir mal die einzelnen positionen durch und dann sage ich noch ein paar worte dazu welche firmen mein depot verlassen mussten als erstes haben wir hier hingehend aston martin also der sportwagenhersteller aus großbritannien und das ist auch der einzige kauf beziehungsweise die aufstockung der position im spekulations depot was innerhalb der letzten sieben monate stattgefunden hat da hat sich die positionsgröße mehr als verdoppelt dann ist da noch drinnen first majestik silva das ist eine spekulation auf den steigenden silberpreis ist schon seit anfang an dabei hallo die abspaltung von laxos miss klein m1 kliniken schönheitschirurgie panamekensilver ebenfalls eine weitere spekulation auf den steigenden silberpreis die idee dahinter dass ich spekuliert habe auf steigenden silberpreise die ist schon sehr alt die habe ich schon vor etwa zwei jahren darauf gehofft dass der silberpreis endlich anspringt und es scheint so zu sein dass mein wunsch endlich erhöht spare bank die russische aktie sozusagen totes kapital weil man nicht daran kann an die firma um das zu verkaufen und das geld natürlich nicht für andere zwecke in dem fall verwenden kann ziel limited aus asien ist eine firma im gaming streaming bereich team viewer kennen auch viele ubisoft ist gaming wiese plc multi währungskonto und yandex nv heißt für ansässig in holland ist aber eine russische firma und auch dieser wert den muss man sich einfach mal weg denken jetzt scroll ich wieder hoch und sage ein paar worte dazu warum das spekulationsdepot nur noch bei 18.700 euro steht und zwar folgende firmen muss denn adieu sagen also sprich die habe ich verkauft und ich zähle mal erst die firmen auf die ich in verlust verkauft habe und dann die drei firmen die ich im gewinn verkauft habe insgesamt zehn firmen verkauft also zehn firmen sind aus dem depot verschwunden im verlust verkauft habe ich ducoside fiverr helios towers tobi w6 materialisys und smith mikrosoftware insgesamt diese sieben positionen haben wir einen verlust von 6.567 euro beschert und verkauft im gewinn habe ich drei positionen right search laboratories opera und tobi dynamox und der gewinn beläuft sich auf 1.808 euro das heißt also insgesamt sind dort realisierter verlust von 4.760 euro entstanden jetzt blende ich euch mal mein altes depot ein mein altes spekulationsdepot die werte und der stand des alten spekulationsdepots waren 3.023 1559 euro und damals war das spekulationsdepot schon über 40 prozent unter wasser und jetzt ist es noch mal um circa sechs oder um 5000 euro geschrumpft allerdings sind das nicht alleine kursverluste sondern ich habe 4000 euro vom spekulationsdepot abgezogen um das geld auszugeben und jetzt gleich mal wieder eingeblendet mein spekulationsdepot die ausgangs größe wenn ich jetzt 4000 euro rausgezogen habe hat sich gesenkt auf 38.000 euro also das ursprüngliche kapital was ich investiert habe belief sich auf 42.000 jetzt nur 38.000 und wenn man jetzt sieht circa 18.700 euro steht dort dann habe ich einfach so gut gewirtschaftet dass die hälfte des kapitals weg ist also 50 prozent im verlust hier habt ihr die zahl seit kauf 1600 euro das sind natürlich nur die aktuellen positionen die noch im depot sind wenn man jetzt diese 1600 euro auf die 18 7 raus auf rechnen würde während es 20.300 euro ich angeblich investiert habe wo sitzt jetzt die differenz von 17.500 euro etwa ja das sind realisierte verluste die natürlich auch berücksichtigt werden bei der entwicklung des depots manche sieht mein spekulationsdepot sehr wüst aus wie zum beispiel auch der silvio kabel der meinung ist er hat nämlich ein video über meine anlage gedreht ich blende euch das video mal ganz kurz ein und den link gibt es unter der video beschreibung aber trotz alledem hinter jeder aktienanlage steckt von mir auch ein investment case wie anhand von aston martin da möchte ich mal mein ein investment case für euch was ich mir beim kauf dieser aktie dieser für eines firma anteils mir dabei gedacht habe wenn wir jetzt die ersten martin aktie zum beispiel da steht als erstes im mittelpunkt das produkt das in dem fall der sportwagen ist den ersten martin der gut betuchten gesellschaft anbietet und ich sage schon mal in einem ersten martin drin war da so hellauf begeistert dass ich vielleicht nicht mehr neutral daran gehe bei diesem investment nein ich saß auch schon an einen lotus und saß auch schon in einem ferrari aber aston martin ist für mich ein sehr gutes auto ein sportwagen der eigentlich wo ich der meinung bin persönlich dass er genügend absatz finden kann des weiteren bei meinem investment case schaue ich mir natürlich die fundamental zahlen an und die sind was der umsatz betrifft steigen also 15 prozent umsatzsteigerung hat aston martin hingelegt liegen aber immer noch im verlust und bin ich überzeugt dass man dahingehend noch sehr viel die firma optimieren kann das dritte argument für dieses investment in der aston martin laguna group ist dass diese firma aktiv in der formel 1 ist und früher war das engagement in der formel 1 immer eine absolutes geld verbrennungsszenario inzwischen verdient man in der formel 1 geld und hat außerdem die werbung gratis dazu das ist eine riesige werbe kommerz plattform die formel 1 wenn man sehr mit seiner automarke präsent ist es wahnsinn wenn man dennoch nebenbei geld daran verdient an diesem engagement hut ab aston martin hat natürlich unglaublich viel geld in die hand genommen dieses projekt erfolgreich in die formel 1 zu bringen sprich man hat sehr große werkhallen eine firmenzentrale in england gebaut für das formel 1 projekt um konkurrenzfähig zu sein das hat erstmal unglaublich viel geld verschlungen aber im nachhinein wird das geld wieder zurückkommen und nebenbei die marke auch bekannt und hoffentlich attraktiv und begehrlich für andere leute machen das waren die alten ideen warum ich aston martin damals gekauft hatte 200 stück und jetzt die neue idee warum ich nur 300 stück dazu gekauft habe es war jetzt nicht weil sich der kurs noch mal halbiert hat sondern einfach eine idee die dahinter steht dass eben aston martin immer erfolgreicher in der formel 1 wird dass sie eventuell den star designer adrian nui mit an bord bekommen ein siegerauto auf die straße bringen und damit der wert der marke weiter steigt und auch das problem mit dem alten modell hat man in griff bekommen und ein neues modell sportwagen modell soll auch auf den markt kommen das könnte den aktienkurs pushen dann sehen wir uns mal an wie der aktienkurs sich entwickelt hat das war es absolute katastrophe wenn man jetzt den split mit rein berechnet liegt die aktie bei 95 prozent unter wasser das heißt jetzt nicht dass ich zum ausgangspunkt zurückkommt aber auch größen insider die was von dem sport von der von autos von der sportwagen marke verstehen sind hier dick investiert ich nehme da den toto wolf der für 40 millionen aktien vor gut zwei jahren gekauft hat wo die aktie doch bei um die zehn euro stand die werfen ja auch nicht ihr geld einfach sinnbefrei zum fenster raus das heißt aber noch lange nicht dass es zum erfolg auch werden sollte das mal als kleiner abstecher zu aston martin so mein investment konzept aussieht wenn ich in einzelnen firmen investiere kommen wir zu meinem zweiten depot und man höre und sehe es ist das krypto depot war sonst immer das kleinste war es jetzt das zweitgrößte depot ich blende es euch ein 20 1110 euro sind heute stand 30 vierter da drauf krypto schwanken sehr starkes heißt gerade morgen wieder ganz anders aussehen und die schwankungsbreite habe ich am eigenen leib erfahren vor gut einem monat stand es noch bei 28.000 euro und jetzt wenn ich euch mal den alten stand des krypto depots ein vom vierten zehnten war der wert da stand das krypto depot bei 6876 euro also eine wahnsinnige bewegung die in diesem krypto space und in der west mit anlage klasse stattfindet performance seht ihr auch jetzt 20.000 euro wert vor 30 tagen wären es 30 prozent mehr gewesen ich muss aber allerdings dazu sagen dass auch das investment kapital sich erhöht hat vorher habe ich 11.000 euro investiert gehabt ich blende euch jetzt mal das alte krypto depot ein mit 6700 euro also 11.000 euro investiert damals vor sieben monaten was noch 6700 euro wert also circa 40 prozent unter wasser jetzt habe ich 3000 euro mehr investiert sprich es ist eine investitionssumme in crypto space von mir getätigt worden von insgesamt 14.000 euro jetzt gehen wir so ein paar einzelne positionen ab die größten ist solana dann haben wir sei was so ein ähnliches konzept wie solana darstellt nakamoto games das ist eine plattform wo man der blöd der blockchain technologie die ganze technologie die dahinter steht videospiele herstellt wie chain soll zukünftig dafür sein um sämtliche produkte dies auf dieser erde gibt nachvollziehen zu können wo kommen die her wo waren die überall sind die echt also sind das plagiate oder fälschungen so graf wie jetzt eine anwendung die visuell alles darstellt geht das weiter insgesamt habe ich euch die 17 größten kryptowährungen die in meinem portfolio drin sind abgebildet alle anderen die da drin sind spielen keine rolle sind teilweise auch gratis trocken die ich bekommen habe würde denn der veranschaulichung nur zu mehr verwirrung führen also inzwischen sind meine kryptowährungen nicht einfach nur wahllos herausgezogen weil die netten namen haben oder weil der preis mir gefällt sondern inzwischen habe ich dahinter auch eine idee was das konzept und das anwendungsziel der einzelnen krypto immer sein soll manche sind ja auch der meinung kryptos alles blödsinn alles wertlos dazu blende ich euch mal ein video ein von jemandem der erstaunlicherweise wusste ich gar nicht mal mein depot update auseinander gefügt hat der herr ist aber sehr höflich steht ein plan hinter meinen depots und mal schauen was der herr über kryptos sagt übrigens hatte ich früher dieselbe meinung habe aber im laufe meiner börsenerfahrung mitbekommen dass ich oft daneben liege mit meinen ansichten und inzwischen bin ich offen für alles schaue mir viele projekte an und manchmal ändert sich die meinung dahingehend aber schauen wir mal was der zu meinen anlage zu meinen anlage idee so von sich gibt filmchen ab diversifiziert ist für mich aber alles trash absoluter müll der portfolio wert zeigt das eben auch ja mehr als 50 prozent verloren eben extrem schlecht ja dass er eben dieses geld verloren hat kryptowährungen sind einfach kein produktiv kapital kryptowährungen produzieren einfach kein neues kapital ja und damit kann man damit meiner meinung nach nicht investieren so pauschal kann man das nicht immer sagen ja auch gold zum beispiel produziert ja oder gold und silber produziert ja eben auch kein neues kapital kann man aber rein investieren obwohl das sich eben auch sehr sehr kritisch irgendwie mit dem gold und silber mit den rohstoffen aber kryptowährungen leben einfach nur vom glauben an die kryptowährungen selbst die haben absolut keinen nutzen die lösen kein problem in der wirtschaft die produzieren keinen neuen cashflow also hier würde ich sagen auf jeden fall alle kryptowährungen so schnell wie möglich verkaufen und auch ich habe bitcoin gehalten ich habe bitcoin gehandelt ich habe bitcoin gemeint ja weil ich muss das ja erst mal verstehen ich will mich erst mal rein arbeiten ich muss mich erst mal rein arbeiten ja und das hat eben also das ist alles eben komplett wertlos ich habe das eben alles selber probiert für mich ist das absolut wertlos und waren buffett sagt auch gibt mir alle bitcoins dieser welt für 25 dollar und ich würde es nicht kaufen ja warum weil das eben kein neues cash produziert weil es eben kein problem in der wirtschaft löst und so weiter und so fort das ist eben hier bei diesen kryptowährungen der fall blockchain das kann eben noch mal was anderes sein aber blockchain technologie hat nicht unbedingt was mit bitcoin zu tun ja also die einzelne technologie dahinter kann eben noch mal wertvoll sein kann eben probleme lösen aber hier kryptowährungen sind absoluter müll sind absolut schlecht für deinen vermögensaufbau also niemand hat damit bisher vermögen aufgebaut es gibt ein paar die damit schnell reich geworden sind aber selbst das beruhte nicht auf einer strategie selbst das war nur glück und das dir das passiert als kleinanleger ist extrem unwahrscheinlich und macht das auf keinen fall aber es natürlich das ganze video ist keine anlageempfehlung keine kaufberatung natürlich krypto depot inzwischen das zweitgrößte depot hat eine performance ich überschlag das jetzt einfach mal von zucker 30 prozent im plus liege ich da kann natürlich weiter abwärts gehen kann auch wieder weiter aufwärts gehen aber ich bin der meinung warum ich überhaupt den kryptos anlege dass man hier eben nicht nur wie im spekulationsdepot chancen hat wenn man in werte investiert dass sie sich verdoppeln oder verdreifachen nein kryptos können sich verzehn und verfünfzig fachen und darüber hinaus und von daher auch wenn die chance unter 50 prozent liegt dass das projekt so funktioniert wie man sich das vorstellt sollte man ein zwei high flyer denn dabei haben die würden sämtliche konkurse anderer krypto projekte auffangen dahingehend ist krypto sehr spekulativ was ihr dahingehend machen solltet wenn ihr krypto investiert dass ihr das einfach regelt anhand wie viel geld seid ihr bereit dahingehend zu investieren heißt also wenn ihr bereit seid zehn prozent eures gesamtkapitals zu verlieren dann könnt ihr auch zehn prozent im krypto space investieren wenn ihr bereit seid fünf prozent von eure gesamtvermögen zu investieren denn halbiert sich die summe dementsprechend also steuert investitionsrisiko alleine durch die größe eures kapitals kommen wir nun zum letzten depot und das ist mein langfristdepot das blende ich euch das alte mal ein da waren acht positionen drauf die etwa einen wert von 20.000 euro hatten dazu noch 7.000 euro an cash also hatte das depot vor etwa sieben monaten ein wert von 27.000 euro ich habe keine der positionen verkauft so sollte es auch sein es kam aber zwei positionen dazu und nein es sind keine ds ist wohl noch keine etfs aufgestockt sondern es kam zwei firmen dazu jetzt blende ich euch das neue depot mal ab und sage ein paar worte dazu das langfristdepot darin befinden sich jetzt inzwischen zehn positionen hinzugekommen ist und die lever im januar den kauf habe ich von den philippinen ausgetätigt also ich habe euch angelangt ich habe doch mal reingeguckt in meinen depots ok und zwar habe ich da 100 stück gekauft für 44 euro 34 und ich habe auch klaxis miss klein gekauft jetzt anfang april erst für 19 euro 58 das stück 200 stück also die positionen größen waren alle beide so um die 4000 euro also habe ich eine investition von 8000 euro getätigt auch die cash position hat sich erhöht von 5000 euro ne quatsch 4000 euro waren letzt mal drauf jetzt sind da 5580 euro und die gesamt die pro größe beläuft sich damit auf 38 1600 euro wieder kriselt stocke ich die etfs auf und bis dahin sparen wir einfach cash an kommen wir jetzt wie gewohnt zur gesamtübersicht über mein vermögen und zwar habe ich da eine schöne exe tabelle angelegt die blende ich euch jetzt mal eine übersicht über mein gesamtvermögen auf der linken seite findet ihr die angaben vom depot update teil 6 aus dem oktober also die alten performance angaben und auf der rechten seite die aktuellen werte die mein depots so schlummern so das erste war das crypto depot das stand damals vor sieben monaten mit 37 prozent unter wasser oder mit über 4000 euro hinten jetzt hat sich die investitionssumme um 3000 euro erhöht und der wert des crypto depots ist um circa das dreifache angestiegen das heißt wir haben hier mehr wie 6000 euro nicht realisierte kurserfolge zurzeit und über 43 prozent im plus das kann beim nächsten depot update wieder komplett anders aussehen entweder ist das noch mal richtig gegen mond gestiegen to the moon oder es ist wieder weiter hinten kryptos ein hochrisiko invest mit großen chancen das heißt also ihr könnt dahingehend extrem schnell euer geld verlieren ihr könnt es eben auch weil eben das risiko so groß ist im markt es vervielfachen so spekulationsdepot damals war der wert noch über 23.000 euro bei einer investierten summe von 42.000 euro und auch damals über 40 prozent oder über 18.000 euro hinten jetzt sieht es nicht besser aus sogar noch schlimmer die investierte summe ist zwar um 4000 euro geschrumpft das depot gleichzeitig aber um 5000 euro so dass ich mit über 19.000 euro hinten liege dabei sind so circa 17.000 euro verlust schon realisiert worden oder gesamtdepot performance liegt bei über minus 50 prozent das langfristdepot da sind 9.500 euro hinzugekommen 4.000 euro vom spekulationsdepot weg die habe ich verbraten im urlaub im langfristdepot habe ich aber in den letzten sieben acht monaten 9.500 euro hineingeschoben so dass die investierte summe angestiegen ist auf 37.847 und der das depotwert in etwa genauso hoch ist oder anhand schwarzer zahlen mit 833 euro vorne girokonto zur vollständigkeit halber zweieinhalb tausend euro und die russland aktien die etwa 3000 euro der wert ist die rechne ich hier mal raus denn bedeutet das für das gesamtkapitalvermögen bei mir investiert angelegt habe ich über 85.000 euro also 5.500 euro mehr als wie beim letzten mal und das depot alle drei depots zusammen haben einen wert von 77.000 euro ihr seht also immer noch nicht obwohl das krypto depot dermaßen gut gelaufen ist die verluste aufgeholt insgesamt liege ich mit 8.877 euro oder 10,3 prozent noch hinten das soll soweit gewesen sein ist ja lange noch geworden das video das nächste depot update gibt es in drei vier oder fünf monaten also eine noch so lange zeit wie jetzt eben von sieben monaten sieben monaten pause möchte ich dahingehend nicht verstreichen lassen und hoffe dass sich auch weiterhin der kapitalmarkt für mich positiv entwickelt bis dahin macht's gut einen wunderschönen ersten mai bei bei bis dahin